Ein heißer Sprint auf den 1.Meterger, der hat sich die Nase wahr. Wir haben die Reise mit dem Boden nach 4.0, die Rallye für die Sohne werden auf 4.0 angekommen. Wir haben die Reise mit dem Boden nach 4.0 angekommen. Die Säden sind weiter ab, 3, 4, 5, 4 und den Vorsprung sind schon herausgefahren. FK2 Racing Team und die Wallingford-DF sind in den Rundgünen. Und die Rundgünen ist der Rundgünen. Und die Rundgünen sind in den Rundgünen. Und die Rundgünen sind in den Rundgünen. Und die Rundgünen sind in den Rundgünen. Er gibt den Touran der Florian Susdorff. Von den Black Charms, Frau Schädel, ganz klar auf Platz 1. Über die Ziele. Hier bei den Rundgünen. Hier um ein Rundgünen, die Rundgünen, die Rundgünen, die Rundgünen, die Rundgünen. Abgewunken. Viertes Rennen. Sandro ist dabei. Dann haben wir noch den Daniel von den Black Charms, Frau Schäles, Mitte 399. Sebastian, FKG Racing Team. Typ für TTE, Mitte 292. Dirk Hedeprack von RacingV. Und der Mike Klau...